Die Friedensbotschaft, die wir Ihnen heute, Herrn Staatspräsident und Herrn Bundespräsident, überreichen werden, ist das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit von 100 Teilnehmenden der Jugendbewegung 100 Jahre Erster Weltkrieg. Wir junge Menschen aus Deutschland und Frankreich im Alter von 16 bis 22 Jahren stehen heute an Gräbern von Soldaten, die vor 100 Jahren im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Wir möchten eine Botschaft hinterlassen für alle, die nach uns kommen. Wir spüren, dass der Wille nach Frieden unter Jugendlichen stark ausgeprägt ist. Nous souhaitons transmettre ce message aux générations futures. Nous ressentons, au sein de la jeunesse, un fort désir d'avancer sur le chemin de la paix. Nous le prouvons par notre volonté d'apprendre à connaître d'autres pays et leur culture. La meilleure manière d'approfondir les liens entre les peuples, de favoriser les relations directes entre les jeunes, grâce à des programmes d'échange. Nous sommes le monde. Toi qui vis ces lignes, la paix est entre tes mains. Applaudissements. Vielen Dank.